was ist denn das was wollen wir müssen hier runter schon ich bin gar nicht im bus irgendwie was los das sieht ganz komisch aus der bus schwebt davon sonst schwebt der bus doch immer bei mir ja ich muss runter ja der bus war ganz ganz weit kameratechnisch vor mir ja bei mir war auch der bauten im lila ich habe nur gesehen wie die leute rausgesprungen sind ich will doch mal was probieren machen wir jetzt auch noch uns resistanz im schnee und dann fahren wir noch mal die hütte rein was macht er was ist denn das er hing an hängekleider und ich wollte stürzflug machen es ging kaum ich bin das ist ein kumpel im stichtung kommen jetzt nicht mehr alle bäder aber jetzt ein kumpel geschaffen so macht man nicht da wollte aber und für alle einfach liegen lassen was haben sie hier unten gemacht das war einfach botz warum ruckelt das jetzt aber was warum denn es gibt doch gar keinen grund alter und ist ja nicht so verstehen die ist jetzt nichts exportiert hier ist kein fass kaputt gematscht worden wir fliegen so in der garage ja gucken nach dem auto und fahr noch mal die unterwelt du musst du musst ein auto da die wand so überall schon alles weg alles offen ach doch warum durch wenn die wand offen ist hier kann ich doch nicht so kaufen ach so ja 180 ist ja findet das sonst nicht ja hier ist auch ein zapfhahn ja jetzt auch eine tanker ja hier ist ein greifen guck mal wie es aussieht braun das ist doch kacke was hier raus guck mal da aufs klo wo du da hinkommst du wirst dich wundern passiert nicht einfach so es ist mit dem bunker passieren ich weiß es nicht ja verkettet das heißt da geht nicht mehr auf heute noch würde ich sagen oder denke ich mal so müssen hier hin und wenn ich machte die markierung weg leck mich doch alter dieses radio alter es geht aber nicht aus so lange sendersuche läuft also leck mich doch am arsch aus das radio die hausen 200 meter Irgendwie möchte ich auf eine Schiene. Hier ist ein kopfgeldaufträger oder sowas an ihr kannst doch auch da hinten sind sie doch wie viele das sind also Hä ist das eine Sitschaft oder was ist das? Ich weiß es nicht. Tschüss. Ihr Arschlöcher. Ihr Arschlöcher. Ich habe einen zu Boden geschossen und dann abgehauen. Weil ich eine gekriegt habe. Aber zum Glück nicht verletzt. Der hat mich getroffen aber das Schild ist alles noch da. So jetzt will ich mal probieren mit den Flügeln wenn du fliegst und landst. Der flieg ist geil. Ach ja. Was ist das? Da ist noch immer hinten. Oh. Aber wo? Hier. Bei mir war's. Ach so. Erledigt. Okay. Na komm. Da kommt was Geldes an. Oh hier kommt auch ein Auto. Wo ist er denn? Wo ist denn da hin? Da rumgeflabbert. Über uns fliegt's. Na los dann haben wir weg. Ja. Oh Gott. Ein scheiß Flügeln alter. Das Arschloch. Ja. Da fliegst du da drüben der blöde Hund. Oh hinter uns wieder. Kommt heiß doch. Ach komm wir fahren. Aua. Das ist ein blöder Hund. Aber da geht mir auf den Sack. Ja. Diese Nachtjacke. Also wegen dem. Der steht schon hier vorne. Ja. Ja. Geil. Wir müssen uns nämlich sputen. Na ja. Komm. Die Zone kommt und ich will das mal ausprobieren ob das klappt. So jetzt zünde ich die Flüge. Springe. Ach so das erzünden. Jetzt bin ich gelandet und jetzt renne ich. Das macht doch alles gar keinen Sinn. Geht auch nicht. Was soll das sein? Ich weiß es nicht. Irgendein Sprint. Wir rennen doch auch immer. Ja. Unterweltsprint. Was soll denn Unterweltsprint sein? Das sehe ich mein Auto nicht. Unterweltsprint. Gehe ne Ahnung. Oh da vorne an der Brücke. Was ist denn jetzt? Wieso geht denn da nicht ins Aim alter? Hä? Hä? Was ist denn das? Geht nicht mehr ans Aim. Geht nicht mehr aus Zuhause zu gehen. Dann ist ich nicht das macht noch schlimmer. Es ist ja gut. Du brauch Perdue, er will dir段 tenido, hier habe ich dir äh, ty��, auf deine schwarz charuere, aber mit mir U vou tut. Menschen stimmen ich habe noch schon kaum schild und Mann Zack innerhalb des laufs was innerhalb des laufs was soll das sein keine ahnung in dem wasser hier betreiben war mit der fetten schrumpflinge getroffen da ist nicht gestorben ich verarschen warum ist er nicht verreckt das gibt es doch gar nicht weiter ich brauche Schildrang ich habe nichts was ist denn jetzt nach vorne für eine riesen kiste dort weiß ich nicht ich gehe in Schildrang alter leck mich doch ansack nein hoch von vor allem wieso ist er vorher nicht ins AIM gegangen ich verstehe das nicht an der Brücke ich wollte ich wollte ins AIM und auf die schießen nichts ging komisch jetzt fahr ich hier hoch da oben muss es Schildrang geben eigentlich schon ja ja was sagt wer hat doch gelacht boah alter ich habe doch die ich habe doch den Schildrang schon längst in der Hand wieso schießt er denn noch hier muss ich hier bleiben ok hier können wir ja hier können wir uns hier bleiben ok auch was hast du gelesen du bist innerhalb von irgendwas ja wo wir die fluss gefahren sind dann irgendwas nicht ist das vielleicht auch unser spring ich weiß nicht das ist so ein wächer und finde selber fluten bei es ist so ein Wächer das ist so ein Wächer das ist eine Wächer das ist so ein Wächer ist so ein Wächer komisch ich muss doch runter mhm wo ist das ritte flieger einfach vor so fliegen glück haben wir stehen noch im auto haben wir ja auch hier dahinter ist doch ein auto auto ist da wie sie eine stinker sehen man ja ja die post scheiße schon gut oder ein da stehen sie alle und flattern die fliege waren gerne genommen scheiße wo liegt ja das goldenes hier vor uns ist da ein ob das passt hier oben das kras sind alle hier oben aber wir sind ganz oben das stimmt in der wasserstation sind wir und ja auch da war ich heute noch alle wieder dahinter hinter der station hat einige kriegt jetzt da ist noch hier ja hier ich habe mich hier ist noch ein schwarzer jawohl geile habe ich schon was noch zwei da muss mich heilen bitte bitte liegt ja auch die kronen alles ich habe den schiff nicht gehabt ich könnte ruhig mal zu dem runterfliegen denn steht auch noch gar nichts hierhin liegen die plakette hier laufen warum kann ich nicht aufheben die plakette möchte ich nicht jeden aspekt komplett des lebens vor das denken deine zone ja das ist doch ein bahnhof und bahnhof und bahnhof muss es noch schild geben ich habe hier automat oder hat auch schild im zug ja ja muss es ohne schild gehen muss ja auch nur schild zu finden sind ja mensch da gibt es nicht komisch irgendwie hier sind sie in der stadt hier sind selbst bei mir noch einmal Oh, der hat ein Schild. Ist ja auch gut, ist ja. Perfekt. Und der Anzug. So, hier ist der Robber. Ich bin da so Brücke. Oh, wir müssen doch los. Oh. Hier rüber muss man fliegen. Boah. Was ist denn das? So wie die, er lässt sich auch nicht richtig steuern. So hier runter. Na ja, ich muss auch passen. Was tut da unten? In der Zone. In der einen werden wir doch noch schaffen. Ja, da muss doch jetzt ja irgendwann mal kommen. Ja, da muss doch jetzt ja irgendwann mal kommen. Was? Hahaha. 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 So liebe ich das. Ja, ist verreckt. Hahaha. Ja, ist verreckt. Und wir hatten eine Krone, oder? Ja. Du hattest eigentlich... Ne, du hast es erhalten. Schade, ne. Ach. Aber naja, egal. Ist ja blau. Das hätten wir auch so geschafft. Ja.